Ich bin Herr Blacky und wir vernichten Häuser. Okay, Häuser vernichten habe ich gerade auch, das kann ja gar nicht so weit sein. Ja, ich glaube, ich komme mal zurück zu euch. Hier liegt abgetrennte Erde, das ist halt nicht ihr. Seid ihr weiter rechts oder weiter runtergegangen? Rechts. Druck auf dein Radar. Entschuldigung, das Radar habe ich vergessen. Was bedeutet, dass wir hier überall Knochen sind? Dass da überall Knochen sind. Das Gold habt ihr liegen gelassen. E.P. zum Beispiel. Kann man höchstens neue Dinge mitkaufen oder einschmelzen oder so. So hat mich keiner mehr erkennen. Warum hast du... Ich frage. Von Dex hätte ich das ja erwartet, aber von dir. Okay, ich habe zumindest mal den Schuss von euch gesehen. Das ist ja schon mal was. Du warst gerade unter uns. Laut Radar war ich über euch. Dann war es Dex. Also Dex ist unter mir. Die ist unter uns. Links unter uns. Genau, Dex ist unter mir und Blacky und Otter sind über mir. Wie ist das Akkurschnecke? Wobei ich mich frage, wie es Dex mal wieder geschafft hat, unter uns zu kommen. Also, unter euch. Das frage ich mich an. Ich habe so ein Haus kaputt gemacht, da ging es runter. Ah, okay, okay, okay. Offensichtlich können Häuser auch Mützen sein. Echt? Ja. Deck hier zum Ding auf. Ja. Ich habe so Häuser abgebaut. Wo sind denn die Häuser? Du musst die richtig abbauen. Wie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt fallen werde. Doch nicht. Ja. Ja, I see, was mein Problem sein wird. Ich muss eine Treppenstufe bauen. Kann man irgendwas mit den Knochen machen? Ich glaube nicht. Oh, ich sollte was essen. Außer du bist die Brust gebaut oder so? Ich habe keine Ahnung. Achtung, Schnecke kommt. Mhm. Ja, ist die Schnecke. Schlimmer als Frösche? Ja. Wobei, hm, nimmt sich nicht. Hm, eingekalt gehen sie. Okay. Ähm. Sieht so schlecht. Du dunkel. Mach dir mal Licht. Das ist nett. Weil ich hatte irgendwie nicht das Bedürfnis, den ganzen Weg hier runter zu fallen. Danke. Damit wärst du jetzt auch in der Lage, wieder rauszukommen. Hoffe ich. Boah, da könnte ich mich auch rauskommen. Was ist denn? Hier liegt noch ein bisschen Cobblestone rum. Kann man Fleisch eigentlich am Lagerfeuer machen? Ja. Ja. Oh, Dex, äh, solltest du irgendwas zum Braten haben? Ich habe zufälligerweise ein Lagerfeuer dabei. Äh, weiß ich nicht. Dann machen wir das doch einfach. Oder hab ich's noch dabei? Noch denn? Ja klar, hab ich's dabei. Hopp. Ich hab nichts zum Braten, was ich kochen könnte. Schade. Schade. Ja, dann suchen wir doch mal weiter, Kernfragmente. Hier schon welche gefunden? Nö. Gut. Deswegen suchen wir ja auch welche. Wir brauchen am Ende da jetzt nur 20, ne? Ich glaub, die Kernfragmente braucht jeder 20, oder? Ja, eben nicht. Ich hatte ja keine und das hat für mich trotzdem gezählt. Oh ja, gut dann. Ich bin sehr weit runtergegangen. Ja, deswegen bin ich auf der anderen Seite runtergegangen, äh, mit der Treppe. Das ist, 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 das ist nicht cool. Ich komme auf der, äh, von einer Seite. Ich hab 24. Ich hab, äh, irgendwelche gesammelt. Aber nicht viel. Was hab ich, was, 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 warum geht's? Kernfragmente. Was drei? Ich hab keine, noch nicht mal gesehen. Aber es reicht ja dann trotzdem. Also, äh, wenn's, äh, für alle gilt, dann auf jeden Fall. Ich hatte das letzte Mal null, wie gesagt, und ich konnte trotzdem durchs Portal. Ja gut, dann würde es ja ausreichen. Dann müssen wir ja nur noch raus. Dann geh ich wieder zurück. Ja, mach das. Dex, willst du mitkommen? Ja, Moment. Lecki, warte auf mich. Okay. Äh, hast du noch Dreck? Sobald ich die gefunden habe. Aber ich so viel von Dreck. Danke. Ach klar. Hab dich. Hab wir sowieso in die Richtung müssen. Augen zu und durch? Ja. Gut, dass es dort ist. Ich glaub, hier hoch. Oder oben ist Gold. Ach, jetzt schuldig. Das kommt mir von, bekannt vor. Ach, du kannst es abbauen, sehr gut. Er hat immerhin gerne eine Granate geworfen. Genau, leg mal das, leg mal das Zelt da hin. Mhm, vorher fehlt noch der Kommentar, ich kann das. Mhm. Und dann hebt mich jemand auf. Nee. Es gibt einen Clip dazu, guck ihn dir an. Ach ja, wir müssen nach oben. Ja, ich wollte aber trotzdem noch mal hier unten gucken. Okay, okay. Unten ist das neue oben, weißt du? Hm. Äh, da drin noch. Dann gehen wir eigentlich nicht dort lang. Wo ist dort lang? Ja, da. Weil die andere Richtung, da sind wir runtergekommen. Und, also zumindest da bin ich runtergekommen. Und ich glaube, da geht es dann auch wieder hoch. Ich versuche so zu graben, dass ich dann auch immer wieder hochkomme. Das klappt nicht immer, aber ich versuche es. Ja. Ja, selbst. Es ist manchmal auch ein bisschen schwerer. Du musst lange drücken. Das bringt nichts. Bitte. Danke. Ich bin nicht so richtig, äh... Au. Nein. Hm, hier kommt nur noch. Klappig. Warum, Dex? Warum? Frag nicht. Du kannst auch schmaler machen, indem du Shift gedrückt hältst, ne? So. Was kann ich machen? Ne, statt so einen dicken Block zu setzen, kannst du auch einen schmalen setzen, indem du Shift drückst. Ah. Und so mehr zum Malen, ja. Ich mach dir einfach mal Licht, dann kannst du hier schön Dreck malen. Ich mach hier mal ein bisschen buddeln. Da hätten ist nochmal so ein Roboter. Entschuldigung. Oh, das war hier. Cool. Du kannst ja noch die Kohle abbauen, wenn ich dann hier weiter buddeln. Ja, bin ich schon dabei. Ich musste gerade was trinken. So, ich glaube, hier kamen wir lang. Wobei, da ist noch Polo übrig. Ich glaube, hier kamen wir nicht lang. Aber tendenziell geht's hier nach oben. Ah, Stecke. Okay, tendenziell ist das hier eine Sackgasse. Ich glaube, jemand hat Hunger von uns beiden. Das bin ich schon wieder nicht. Dann vielleicht doch hier hoch. Aber ich habe noch ein Höhchen und ich weiß es, ich kann benutzen. Also, nachdem da noch Ressourcen sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch nicht langgekommen sind, aber... Das stört ja jetzt nicht. Der Weg ist das Ziel oder so. Geht's nicht weiter? Oh, mein Andrade schießt. Den probiert zumindest. Start-out. Ja, ja. Ja, wartet. Das ist ja... Ach, ernsthaft. Ernsthaft? Au. Hey. Hi. Auch hier. Ähm. Du musst wahrscheinlich einfach durch den Dreck graben und dann kannst du durchspringen. Ah, hier können wir hoch. Okay. Warte, warte, warte. Bleib hier. Achso, du hast gar nicht so viel Schäden hatten gekriegt. Ich hätte nur zwei, ähm, Dingens mit. Zwei Schnarche-Püß. Ah. Ja. Ich glaube, ich habe, äh... Ich weiß noch, was da sind so dabei. Ich weiß noch, was da sind so dabei. Das ist aber ganz cool. Ein Aufzug. Oh, eine Kiste. Mit ein wenig Eisenärz. Hm. Schnecke! Zwei Schnecken. Nicht da runter. Das war's nicht so gut. Okay. Aber, wo wollen wir hin? Nach oben. Grundsätzlich wollen wir nach oben. Geht's nicht weiter. Ach, das machen wir. Dann machen wir es einfach weitergehend. Machen wir es einfach wie in Minecraft. Wir graben uns nach oben. Was kann da schon schief gehen? Tja, also wenn du mich fragst... Absolut sicher. Safe. Ganz safe. Cool, es klippt da schon. Ja. Oh, hier ist der nächste Weg nach oben und... Oh, guck mal. Ne, klar. Geht's hin. Oh, mein Herz. Geht dann hier jetzt hoch. Wo ist er nach oben? Dann geht's hier wieder. Wir machen uns jetzt gleich den Weg. Okay, da können wir was hochbauen. Moment. Zack. Nicht umsonst, habe ich die ganze Erde dabei. Ah, guck mal da hoch. Oh, Bixi. Ach, der ist gerade der Schutzmodus. Jetzt nicht mehr. Proben. Du hast nichts, den Flecki. Ja, obwohl's dunkel ist. Ja, aber irgendwas ist halt immer. Wie du hörst, draußen ist eh dunkel. Wir wollen ja gar nicht hier. Das ist ein böder Vogel. Freiheit. Irgendwas Lichtiges drin? Äh... Ein Jagdspeer. Kupfererz. Ja, gut. So Zeug halt. Kohle. Zeug, was wir brauchen können, aber... Nicht so richtig. Nicht so richtig. Nicht so richtig. Ich weiß, den Dings. Ja, Otten? Ich bin gerade auf dem Schiff, was ist? Wenn ich kurz vor dem Verhungern bin, dachte ich lerne mich... Ach so, okay. Ich gehe schon mal in Richtung Quelle. Ich glaube, du hast, Thomas. Ja, ich muss gerade schießen. Jetzt kann ich es. Jo. Kommen Sie mal her. Ich hoffe, dass hier... Ist die Ding. Aber ich glaube, das Ding habe ich schon mal gesehen. Wir sollten eigentlich relativ nah an der Oberfläche sein. Ja, Pumpen. So, ich warte noch mal am Portal. Großartig. Das war vielleicht doch kein Healing. Das war... Kein Healing. Nein. Upsi. Sorry. Negativ Healing, genau. Siehst du... Du bist auf jeden Fall draußen. Ach nein, du hast nicht zurück teleportiert. Ja. Ich dachte, du brauchst Hilfe. Nein, alles gut. Ich habe nur gesehen, wie die Luca aufgequietscht hat. Und dann, äh, ja. Na ja, dann willkommen zurück in der, äh, fröhlichen Höhle hoch. Schön, äh, Erkundu. Gegner. Oh, schöne Sonne hier. Hm. Ich bin ein schlechter Clipper. Ich höre nur mit deinem Ohr zu. Ach, alles gut. Aber du bist besser als gar kein Clipper. Clipper, Clipper, wir lieben nur ihn. Oh, äh, ich sollte was essen. Äh, ich habe nichts zu essen. Und ich sollte schlafen. Nein, ich habe dein Zeug, glaube ich, schon. Und, äh, da war nichts zu essen dabei. Ja, es schadet nämlich nichts mehr. Jetzt habe ich ja kurz vorgegessen. Gut, dass ich das essen lasse, was mich jetzt retten könnte, schon vorher in die Luft gejagt habe. Scheiß Dino. Aber den Essen? Nein. Nein, nein, nein. Und was zählt mit? Na ja, dann beeile ich mich halt nach draußen zu kommen. Vielleicht gibt es da was zu essen. Verdammte Scheiße. Habe ich zumindest einen entsprechenden, ähm, Grundschnell rauszukommen. Oh, wie lange geht das denn noch? Oh, das war dir. Untertitelung des ZDF, 2020